Puh! Hallo, Drew! Bartleby! Ich dachte schon, ich würde es heute nicht zu deiner Naschen-und-Schlürfen-Party schaffen. Wir hatten ein kleines Sasuni-Moos-Problem, Eure Majestät. Aber jetzt wuchert es nicht mehr. Und wir müssen es nur noch entfernen. Dann heißt es Naschen-und-Schlürfen! Yay! Seht nur, das Wetter könnte dafür nicht besser sein. Warm und sonnig. Warm und sonnig. Ich bekomme gerade ein äußerst schlechtes Gefühl im Bauch, Drew. Hä? Was? Oh nein! Ich hätte das Stück Moos auf der Sasuni-Moos-Insel lassen sollen. Es tut mir leid, Drew. Ich war das. Ich bin an allem schuld. Schon in Ordnung, Bartleby. Mit meinem letzten Wunsch kriegen wir das sicher wieder hin. Dreh hier der Verdreher-Wunsch! Wie kann Verdrehen das Moos am Vermosen hindern? Dieser Wunsch verdreht und entdreht doch nur alles. Ich glaube, ich habe diese Art der Verdrehung schon mal gesehen. Aber wo? Ich habe doch gestern zum Essen Teig zu Brezeln gedreht. Sie waren deliziös. Yummy. Oh, wow! Und ich habe dir heute Morgen aus einem Ballon eine Ballon-Maus gedreht. Ich liebe diese Ballon-Maus. Ähm, solange sie hält. Und dann haben wir doch den Entsafter auf Moosys Farm gesehen. Er hatte einen Trichter zum Moos verdrehen, um daraus Saft zu machen. Ein Moment mal! Warte, Bi! Das ist es! Das Verdrehen macht aus dem Sasuni-Moos leckeren Sasuni-Saft. Das Moos verschwindet und nur der Saft bleibt übrig. Klingt wie ein großartiger Plan. Wenn irgendjemand dieses Moos los wird, dann do, Drew. Danke, Regenbogen-König. Fertig, Bi? Aber immer! Außer, wenn ich schlafe. Tue ich aber nicht. Also? Ja! Zip, zack, du! Ausgewählt bist du! Mach auf, Dreh! Wunsch werde wahr! Okay, Drehi. Lass uns das ganze Moos verdrehen, damit es verschwindet. Wahoo! Rodeo-Regenbogen, das ist klasse! Danke, Drew! Es war mir eine Ehre, Majestät. Äh! Lass uns gehen, Bi! Holge mir! Wir lang! Ja! Ich danke dir! Wir prüfen! Ja! Nur noch ein bisschen! Das ganze Moos ist weg! Das ganze Moos ist weg! Das erinnert mich an einen riesigen Saftball! Ach, das macht mich durstig. Okay, alle zusammen! Seid ihr bereit zu schlupf, schlupf, schlupf? Jamme, jamme, jamme! Bindi und Gefrieri haben beim Aufräumen wirklich toll geholfen und Drehi hat genug Saft für das ganze Königreich gemacht. Mh, ich liebe Sasuni-Saft. Er schmeckt toll zu Fisch-Postik-Crackern. Okay, Bindi und Drehi, zurück zu den anderen! Juwelrotes Jubiläum, Drew! Diese Naschereien und Getränke sind superb! Dankeschön, eure Hoheit! Und das Beste daran, es gibt im ganzen Königreich kein Moos mehr! Hört, hört! Hört, hört! Hört, hört! Hört, hört!